Moin aus der Region Hannover. Ja, noch ist der Teller leer, aber ich plane gerade ein neues Video, ein neues Verkaufsvideo, was dann am Samstag erscheint. Ich denke mir, es wäre gar nicht so schlecht, das mal mittags zu machen. Ich denke so gegen 13 Uhr, sowas schaffe ich das wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt natürlich noch einige Aufgaben. Das Ganze wird natürlich ohne, ja mit Ton, aber nicht mit großen Ansagen, sondern mit kurzen Szenen dazu, wie ich die Bäume versandfertig schneide quasi und eine kurze Erläuterung zu jedem Baum. So wird es sein. So stelle ich mir das vor für die Zukunft. Wenn es Leute bei euch gibt, die Rechnungen haben wollen, sagt Bescheid. Meine Tätigkeit ist eingetragen und ich kann das dementsprechend machen natürlich. So, dann sehen wir uns morgen. Morgen circa 13, 14 Uhr am Samstag. Den haben wir völlig verrückt gemacht. So nach den Ferien. Okay, Leute, wir sehen uns.